Die verschiedenen Ernährungsbedürfnisse von Hund und Katze sind relativ schwierig wirklich einzuschätzen, weil es gibt so sehr viele verschiedene Rassen. Man kann das relativ einfach identifizieren, sage ich jetzt mal, indem man sich das Fell anguckt, indem man sich auch die Kotkonsistenz anguckt von seinen Tieren und einfach auch sich ein bisschen damit beschäftigt, das Tier beobachtet, ist es fröhlich und solange das alles stimmt, das Fell schön glänzt und das Tier gut frisst, auch genügend trinkt, könnte man sagen, dass so ein Tier gesund ist. Lifestage bedeutet eigentlich an die verschiedenen Altersklassen die Nährstoffbedürfnisse angepasst. Lifestyle-Produkte sind Produkte, die eigentlich angepasst sind bezüglich der Nährstoffe, wie sich das Tier im Alltag bewegt. Die Futtermittel sind meistens im Zusammenhang mit verschiedenen Organen auch zu sehen und sind häufig dazu da, dass sie diese Organe eben auch in irgendeiner Art und Weise entlasten kann. Die Futtermittelkontrolle überprüft die Einhaltung der Futtermittelgesetzgebung bei den Betrieben. Sie führt dazu Inspektionen durch und prüft die Futtermittel konkret natürlich, aber auch die Infrastruktur, Hygiene und so weiter. Wir haben sicher in der Schweiz einen sehr hohen Standard. Die sind sicher auch damit zusammen, dass die Futtermittelkontrolle eine gute Arbeit leistet und auch eine relativ strenge Praxis hat, aber die Branche auch gewillt ist, diesen Standard zu halten. Ja, wichtig ist zuerst einmal, dass die Zusammensetzung für den Käufer gut ersichtlich ist und gut lesbar ist. Dann in der Zusammensetzung müssen sämtliche Ausgangserzeugnisse, die im Futtermittel verwendet sind, aufgelistet sein. Dies hat in der Reihenfolge des Gewichtes zu erfolgen, also zuoberst die Erzeugnisse, welche am meisten verwendet sind, welche den grössten Anteil im Produkt haben.